Hallo Leute, heute gibt es eine selbstgemachte Pizza vom Ninja Woodfire. Hier das Ergebnis, los geht's! Zuerst haben wir unseren selbstgemachten Teig. Den machen wir jetzt in zwei schöne Stücke. Diese bereiten wir auf jeweils einem aus Blaublech bestehenden Blech aus. Auf das ganze kommt Tomatenmark. Das ist sehr schön und stark im Geschmack. Als nächstes sind getrocknete Tomaten draufgekommen, aus dem Glas gerne. Danach wurde Mozzarella klein gerupft und auch auf die Pizza getan. So, dann kamen Kapern und Sardellen dazu, darunter italienische Gewürze. Dann habe ich noch ein paar rote Zwiebeln auf den Pizzen verteilt. Und dann ging das ganze auch schon in den Ninja Woodfire. Grillen, höchste Temperatur, bei 271 Grad circa fünf Minuten, relativ genau fünf Minuten. So sieht das Ergebnis aus. Hier das Ergebnis in der Küche. Wunderschön gegrillt, der Rand ist knusprig. Schaut euch mal den Boden an, der hat auch die ordentliche Hitze, die aber auch abbekommen in der Pizza Pfanne. Und so sehen die beiden fertig aus. Und ich kann euch sagen, ich habe sie probiert. Sie schmecken fantastisch. Macht es gerne nach. Ja, das hat echt Freude gemacht. Lieben Gruß, Jochen.